Hallo Furza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu unserer gemeinsamen Furza Motorsport 6. Let's play! Im Hintergrund seht ihr meinen Rennboliden für die GTCC-Liga, die ja bald starten wird. Vielleicht hat es auch schon angefangen, wenn das Video rauskommt, aber ich glaube es ehrlich gesagt mal nicht. Gut, das letzte Mal haben wir hier zwei ordentliche Siege in Laguna Seca reingefahren, auf der Road Atlanta und auf Long Beach haben wir in zweiten Platz reingefahren oder in dritten, in dritten haben wir reingefahren. Heute wollen wir einfach mal die Siegesserie der letzten zwei Rennen fortsetzen. Dafür geht es heute, wo geht es denn heute hin? Sebring, noch so eine geile Strecke. Bei Nacht, Gott sei Dank haben wir Licht. Auf geht's. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Sebring International Raceway statt. Das Wetter Floridas und ein herausfordernder Untergrund machen die Strecke im Winter zu einem beliebten Testgelände. Florida im Winter. Liegt dann da Schnee oder was ist da los? Ist ein ehemaliger Flughafen, der hier genutzt wird, merkt man vor allem auf der Gegengeraten zu Start und Ziel. Da hast du nämlich schön die Querfugen drin, die man in der H-Nadel rechts kurz vor Start und Ziel noch merkt. Also da gibt es schön Stöße auf die Hose. Ja, zumindest tut es da ordentlich weh, wenn das Auto zu hart abgestimmt ist. In der Folge würde ich hier ein relativ weiches Setup empfehlen. Gut, wie gewohnt, auf geht's. Wir warten gar nicht lang. Wir starten einfach. Ich lasse das Setup von Road Atlanta drauf. Sebring tickt ungefähr gleich, auch wenn es ein bisschen unebener ist. Schön, dass die Driver-Tage alle kein Licht haben. Solange sie Rückleuchten anhaben, bin ich schon zufrieden. Ja, BMW. Tränken ganz gern mal. Ja, auch wie gewohnt die ersten Runden werden wir hier ein bisschen Probleme haben. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen durchkämpfen. Wir haben den großen Vorteil, wir können uns wenigstens hier... Ich kann mein Tacho erkennen. Ist für mich ein Vorteil, weil ich hatte ja mit dem... Was war's mit dem Land, ja? Mit dem Prototypen da hatte ich halt ein bisschen wie Probleme, weil da alles schwarz war. Und da fehlt mir einfach die Orientierung. Was macht mein Auto grad? Weil neben dem Lenkrad brauche ich halt auch die visuelle Rückmeldung. Oh Gott, der Bremspunkt hier ist richtig Banane. Naja, gut geraten, würde ich mal sagen. Warum bin ich jetzt so langsam gewesen? Über die Wiese gefahren. Vier Runden. Ob das reicht? Driver-Tage, bei denen ist ja immer Tag. Die haben da keinen Unterschied. Wir können auch ohne Licht fahren. Und der Setup, wie gewohnt, ist nicht auf die Strecke abgestimmt. Das ist unser altes Boot. Atlanta-Setup. So, mehr Ausreden fallen mir jetzt nicht ein, warum ich an den Kollegen nicht vorbeikomme. Muss ja auch mit Bremse und Gasen bitte spielen. Wenn der Wagen unruhig wird. Und dann... BMW-Fahrer macht die Tür zu. Und der zieht ab. So, jetzt kommt diese... berühmt-berüchtigte Kurve. Wenn du das Auto nämlich zu hart abgestimmt hast. Das war auch sehr optimistisch. Dann hast du hier eine hoppelnde Karre. die nur eine Richtung kennt. Nämlich ganz schnell Richtung Wand. So. Endlich auf der 12. Wir müssen Gas geben. Wir haben nicht viele Runden Zeit. Ich will ja zu wenig wie möglich rennen, doppelt und dreifach fahren. Was echt lustig ist, ich bin ja früher, wenn mich länger folgt, würde ich das auch nur wissen, ich bin ja jedes Rennen oder jedes Rennspiel wirklich mit Bremspunkten gefahren. Und mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, selbst wenn ich weiß, dass ich langsam bin, kann ich mir nicht vorstellen, wieder Bremspunkte einzuschalten. Da verzichte ich lieber auf 2,3 Zehntel. Weiß aber, dass ich den Kurs kenne. Das ist mir viel, viel wichtiger. Mal richtig Zeit liegen lassen in der Kurve. Kann man auch noch eine Ecke später bremsen. Das ist mir allemal wichtiger, dass, selbst wenn ich neben einem bin, oder einen gerade überholen will, dass ich immer noch weiß, wo ich zu bremsen habe. Und mich nicht auf so eine blöde Anzeige, die auch teilweise überhaupt nicht stimmt, verlassen muss. So, setzen wir uns mal daneben hier. Machen wir das gleiche Spielchen gleich nochmal. Gott, neunter gerade mal. Das reicht hinten und vorn nicht. Überzichte ich lieber ein bisschen auf Kurveneingangsgeschwindigkeit. Kann aber dafür die Kurve in der ganzen Ecke schneller nehmen. Oh mein Gott, vorletzte Kurve. Jetzt müssen wir Platzierung gut machen. Ansonsten rennt uns die Strecke weg. Also ich kann den Lenkradfahrer nur mal empfehlen, wirklich in den Einstellungen Vibrationen abzuschalten. Ich finde das Ganze... Es fehlt einiges an Rückmeldung. Aber es fährt sich sehr viel harmonischer. Und du bekommst immer noch genug Rückmeldung, um einzuschätzen, was dein Popo gerade macht. Ich glaube, ich muss... Wenn wir das Rennen nochmal fahren sollten, muss ich glaube ich... Den Rennstart... eine ganze Ecke aggressiver angehen. Okay, ihr könnt doch mal sehen, was hier eine Kurve ausgemacht hat. Kollege? Ja, nehm dich ruhig an, ist kein Problem. Hab ja breite Schultern. Nimm die an Platz. Okay. Zu spät auf der Bremse gewesen. Wo ist denn der hin? Es ist schon der, okay. Kann ich rüber lenken. Und Lenkradbacke ist bisher wirklich nicht mehr aufgetreten. Wäre ja echt geil, wenn das Problem... vom Tisch wäre. Weil dann habe ich nämlich auch im Multiplayer, wenn wir unsere GDCC-Rennen fahren, habe ich kein Problem mehr. Wir haben gut Zeit liegen lassen hier. Das wird glaube ich nichts. Ich müsste jetzt in einer Runde alle, die vor mir fahren, überholen. Ich glaube, man kann es probieren, aber ich kann euch nichts versprechen. Wir kriegen richtig Druck von hinten. Ansonsten müssen wir wohl, glaube ich... Wenn wir kaufen Mod-Karten, wie... Bekloppte Leute. Oder wir schrauben Schwierigkeitsgrad runter. Oder wir gewinnen das Ding einfach. Also, wir fahren auf Platz 3. Was fährt denn da vorne? 7, 6, 5. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also, wenn da kein Unfall mehr passiert... Ich muss mal konzentrieren hier. Ja, wir kommen ran. Aber es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Das reicht nicht, wenn der Thompson... die Linie bitte zu weit nimmt. Naja. Da vorne ist der Dritte. Das ist das, wenn ich die jetzt alle überholen würde... Bei der Driver-Town weiß man ja, die fahren ja auch ohne Setup, ne? Wir haben hier irgendwas Default-mäßiges drauf. Gut, es wird nicht reichen. Platz 7 werden wir uns, glaube ich, noch holen. Dafür sollte der Schwung reichen. Ja, da haben wir ihn. Aber insgesamt war die Leistung einfach zu schwach. Jetzt grübe ich nach, was wir machen. Ich glaube, wir setzen damit die Schwierigkeitsgrad runter. Bevor wir hier sinnlos Mod-Karten oder sowas ausgeben. Oh, Level Up. Da, schau her. Gib mir einfach Geld. Bitte. Na, super. Dann kriege ich jetzt für diese Karreter. Naja, nehme ich auch lieben gern. Gut. Audi Level 18. Bei 25 gibt es eine Marke. Okay. Wir machen einfach mal neu starten. Und fahren einfach den ganzen Huf nochmal. Eigentlich wollte ich heute die Liga beenden. Also, unsere gemeinsame Angefangene hier. Damit ich beim nächsten Mal einfach so eine Ausdauerrennung machen kann. Wir gehen mal runter auf Serie Erfahren. Weil ich will nicht mit Mod-Karten anfangen. Habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, irgendwelche Pack-Openings zu machen. Die am Ende nur einem was bringen. Nämlich ein Auto, was irgendwie sich ganz anders fährt, als wie es sein sollte. Glückwunsch, sie haben geschlagen. Ja. Du hingst ein bisschen hinterher. Mein Auto fährt gerade aus, obwohl die Achse voll eingeschlagen war. So, auf geht's. Ich muss ab der ersten Runde attackieren. Wo ist der BMW-Fahrer? Der ist schon durch, oder? Ah, da ist er. Alles klar. Wie gesagt, ab Runde 1 muss ich attackieren. Bisschen rabiat, was ich gerade zusammenfahre. Ich gebe es zu. Zieh, komm! Okay, Platz 9 ist schon mal besser, als beim letzten Rennen. Reifen brauchen wir noch ein bisschen, bis sie ins Arbeiten kommen. Bei den Driver-Tarmen muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen. Weil es kann gut sein, dass die jetzt ein bisschen mehr Harakiri zusammenfahren. Also wie der Kollege, der einfach mal reinzieht, ein bisschen Dive-Bomben betreibt hier. Oder du bist so angespannt. Ja, oder hier einfach da mittendrin mal bremst. Alternativ-Router. Aber ich hoffe einfach mal, dass euch die Turnwagen folgen. Hier bitte Spaß machen. Weil es ist wirklich hier fahren am Limit. Nicht nur vom Auto, sondern auch von mir persönlich. Das war schön genommen. 2016 bin ich vorhin gefahren, ne? Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was finden. Da ist immer noch eine Lücke. Okay, das war gut. Jetzt tun wir in. Und da muss ich sagen, da ist Forza so ein geiler Titel. Du kannst hier so einfach harte Duelle haben. Ist schon geil. Da macht es wieder Spaß, wisst ihr. Da macht das Ding... Ich bin spät auf der Bremse. Gut, aktuell sind wir weiter. Aber natürlich, jetzt haben wir Lunte gerochen. Jetzt heißt es, der Angriff hier. Ich muss sagen, seit die Vibration weg ist... Ich weiß, ich wiederhole mich. Das fährt sich wie ein komplett anderes Spiel. Es fährt sich so... Würde so sich ein Project Chaos fahren. Geil. Ich würde das Ding sofort wieder rausfahren. Sofort. Ab in den Windschatten. Und schön ziehen lassen. Hinter uns die absolute Dunkelheit. Aber er kommt schon zurück. Die Zukunft ist vor uns. Komm. Und ich glaube fast, solche krassen Duelle hatten wir in noch keinem einzigen Rennen in Forza. Solche knallharten... Guck mal an. Die sind alle ausgewogen. Die fahren alle mit. Hier ist ein Honda. Davor fährt ein BMW. Wir eiern mit einem Audi hinterher. Das ist Turnwagensport. Und ein Irrer Thompson mittendrin. Ich sehe, wer Husky. Bist du der Hund vom Naidu oder was? Und die haben ja ungefähr alle den gleichen Leistungsindex hier. Aber auch in dem Spiel sagt ein Leistungsindex überhaupt nichts aus. Ein Auto mit weniger kann aufgrund von einem besseren Handling sich deutlich... kann deutlich schneller sein. So, wir haben noch zwei Runden Zeit uns den BMW schmecken zu lassen. Und davon... Ach du Scheiße. Ne, kann man gleich zurückspulen. Jetzt habe ich zurückgeguckt und voll den Bremspunkt verpennt. Das hätte nur gekachelt. Du musst auch wirklich das Getriebe mitnutzen. Du musst die Gänge gnadenlos runterschalten, die Motorbremse mitnehmen. Weil dadurch bremst du auch massiv ab. Natürlich nicht zu früh runterschalten. Dann klatscht der Motor in der Hände und sagt sich hier danke. Prost Mahlzeit. Ich gehe mal kurz mein Öl auskotzen. Das ist ein bisschen wild, das Manöver. Krass, ich habe null das Gefühl, dass ich das Ding hier schon in der Tasche habe. Außer in der Kurve. Da haben sie einen Nagel im Kopf. Und nicht der genauso. Nicht mal Xenon-Beleuchtung, ey. Habe ich in der Aufpreisliste wieder mal nur das kleine Kreuz gemacht. Das war so klar. Wenn du zu weit nach innen fährst, schlägst du an. Dann katapultiert es dich nach außen. Und dann, wenn du ganz viel Pech hast, schlägst du außen nochmal an. So, letzte Runde. Voller Attacke nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir den Kurs fahren, aber ich glaube es fast nicht. Macht zumindest Spaß. Auch bei Nacht. Nachtrennen finde ich ja okay, solange wir Licht am Auto haben. Nur mit Regenrennen komme ich überhaupt nicht klar. Kann ich auch mal bitte spoilern. Es wird in der GDCC auch Rennen im Regen geben. Dynamisches Wetter haben wir ja leider nicht am Boot. Das wäre natürlich das Optimum. Manchmal, wenn du merkst, dass das Auto nur noch anfängt zu schieben, da ruhig auch mal die Bremse aufmachen. Allein der Bremspunkt hier, da brauchst du so ein ruhiges Heck. Ansonsten überholt ich hier so schnell der Popo. Jetzt können wir nicht mal die Kurve nehmen wie Männer. Nämlich fast voll. Gut, hier sollten wir auf jeden Fall mal was gefunden haben. Mal gucken, wie viel. Na, siehst du. Eine Sekunde ungefähr. Ist okay. Aber wenn ich auf die Zeit gucke, da wird es halt heute einfach ein bisschen XL schon mal zum Einstimmen auf das Ausdauerrennen. Das war schön genommen. Da muss man halt auch den Mut haben, den ich jetzt leider nicht hatte, volle Kanne im richtigen Moment draufzutreten und nicht zu denken, ach du liebe Scheiße. So, jetzt sind wir durch. Oh. 2018 waren wir echt so langsam. Komisch. Sind wir nicht vorhin 2016 gefahren? Egal, wir machen weiter. Weiter. Audi 19. Königsegg gegen Stick. So, zwei Rennen hätten wir noch. Wo geht's hin? Ihr nächstes Rennen findet auf dem Daytona International Speedway statt. Der Austragungsstätte des berühmten Daytona 500. Ich überlege gerade, ob ich hochgehe vom Schwierigkeitsgrad wieder. Oder ob ich auf dem Schwierigkeitsgrad bleibe. Durch auf Strecken, wo ich mich gut auskenne, ist der Schwierigkeitsgrad drüber auf jeden Fall fast schon erforderlich. Ach komm, gehen wir Risiko, oder? Na komm, wir drehen hoch. Scheiß drauf. Kriegen wir schon hin. Wo ein Wille, da ein Bleifuß. Getreu dem Motto. Machen wir den Driver-Tan hier mal richtig Angst. Also, wieder hoch auf Experte. Genau, da hat man ein paar neue. Und auf geht's. Rennen starten. Hier dürfte BMW sehr stark sein. Weil die lange Gerade mit dieser hängenden Kurve noch mit dazu. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Ich hätte gar nicht spulen müssen. Egal, das war jetzt scheiße und sofort zurückgespult. Okay. Okay, sechs Runden. Dass wir auch immer von so weit hinten starten müssen, das finde ich so affig. Aber wenigstens haben sie aus Ford zum Motorsport 5 gelernt. Dann müssten wir jetzt hier Erster werden, das Ganze in zwei Runden. Man möge es mir verzeihen, dass ich jetzt hier die ersten Kurven ein bisschen rabiater nehme. Das ist aber ganz anderer Kurs als wie ich jetzt gerade dachte. Ja, meine Vorderreifen lösen sich auf. Ich fahre ja glaube ich für den Kurs viel zu viel Sperr-Diff. Okay, jetzt werden wir mal sehen, was unser Topspeed taugt. Also, ich weiß nicht, was er geht. Aber ich glaube so 270, 275 müssen wir draufkriegen, bevor er uns so der Begrenzer begrüßt. Es scheint immer eine Ecke mehr zu sein. Oh, 77 sogar. 80 jetzt, okay. Okay. Ja, krass, unterschätzt. 89, jetzt müssen wir langsam aus Bremsen vorbereiten. Oh, Gott sei Dank, die war nicht festbetoniert. Jetzt wusste ich nicht, wohin. Ich glaube, das rächt sich schon wieder der Schwierigkeitsgrad. Oh, die war früher auch Rallye-Weltmeister. Kann man ein bisschen Wiese mitnehmen. Zumindest hier im Infield machen wir gut Plätze gut. Gut Plätze gut, ja. Ist eher groß zum Vergessen hier. Ne, wisst ihr was? Wir schrauben gleich runter, das bringt so nix. Äh, zurück. Weil ich gucke halt auch so ein bisschen auf die Zeit. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier sagen würde, mein Gott, wir fahren jetzt hier 17 Stunden, dann okay, dann könnte man das mal probieren und die Punkte mitnehmen und das Geld mitnehmen und nochmal das U-Plus reinkippen, dann nochmal probieren, aber, ne, 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 ne. Wir gehen jetzt hier eine Oktave nach unten, gehen wieder runter aus Seher erfahren und weiter geht's. Ist immer noch schneller als eine halbe Stunde lang Mod-Pakete zu ziehen, die das Auto dann auf mysteriöse Art und Weise mit dem Handschuhfach-Mod einfach mal 10 kmh schneller machen. Mehr Leistung würde uns gar nichts bringen, weil wir dann auf der Geraden nur im Begrenzer laufen würden. Und wir kriegen ja die Leistung im Infield sowieso schon nicht auf die Strecke. Schauen wir mal. Ui, 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 ui. Ich lasse so viele Plätze am Anfang immer liegen. Das Schild war sowieso falsch beschriftet. Komm Memphis, komm. Das rechte Pedal ist es. Da musst du deinen schweren Fuß draufstellen. Auf geht's. Geile Felgen. Ja, links und rechts so einer, perfekt. kann mir im Grunde nichts passieren. Obwohl der Kurs eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Im Infield brauchst du Nerven und außen brauchst du einen richtig krassen Bleifuß. Gut, Windschatten hier haben Vorteile. Komm schon. Ein bisschen Windschatten vom Volvo und wir ziehen uns systematisch ran. Oh, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. Genau bei solchen Strecken ist ein Lenkrad so dermaßen vom Vorteil, weil du nicht tippeln musst die ganze Zeit. Ihr seid aber ganz schön langsam, Kollegen. Super. Sehr erfahren ist zu langsam und Experte ist zu schnell. 2,91 Begrenzer. Und nur Staub hier. Auflösen kann ich mich dann auch nicht. Der Volvo sieht auch richtig geil aus davon. Ihr seht es ja unten rechts an der Reifeanzeige. Der Frontkratzer ist ja gnadenlos. am Haftungslimit unterwegs. Jetzt anklopfen. Würde ich aber übrigens in der Liga niemanden empfehlen, weil wenn die Aerodynamik mal kaputt ist, da fehlen ja auf der Geraden ganz schnell mal 10, 15 kmh Topspeed. Du bist unser Kandidat dafür, dass wir weiterfahren dürfen. Wie gesagt, wir machen die Liga heute durch. Das eine Rennen, das fahren wir dann auch noch. Das wäre dann echt bescheuert, wenn ich ein Rennen fahre. Irgendwas hat sich da gerade aufgelöst, hat sich zumindest angehört. Das heißt, das nächste Mal krallen wir uns auf jeden Fall ein Ausdauerrennen. Das werde ich heute glaube ich auch noch aufnehmen und dann ist aber Schluss für heute. So, jetzt geht's los. Ja, ohne genau zu wissen, wo der Bremspunkt ist. Das ist ganz natürlich ein ziemliches Parakiri-Manöver. Alter! Das sechs Runden müssen wir fahren. Boah! Okay. Ich werde lachen, aber ich mag den Kurs irgendwie. Weil da stelle ich mir immer so die Frage, wie würde ich jetzt hier mein Auto abstimmen? Würde ich auf Topspeed gehen oder würde ich auf Handling gehen fürs Infield? Wo verliert man mehr Zeit? Verlierst du jetzt hier viel Zeit, wenn du viel Flügel fährst oder in viel, viel Zeit, weil du keine Traktionen hast. So, nochmal schauen, was der Volvo geht. Aber den Windschatten mitnutzen will? Ne, natürlich nicht. Ja, ein bisschen dumm die Driver-Tage. So, das heißt jetzt noch zwei Runden. Also, bereitet euch schon mal vor, das wird heute ein bisschen länger. Ich glaube, ich werde fürs letzte Rennen gleich noch in dem Schwierigkeitsgrad bleiben. sicher ist sicher. Sicher ist sicher. bei Sony so mehr. Also, die haben den Schuss nicht gehört. Also, ich würde nie 700 Euro für so eine 3D-Brille ausgeben. Erst recht, weil man ja jetzt schon weiß, dass die erste Generation, das ist auch bei allen technischen Geräten so, guck dir mal die ersten Flachbild-Fernsehgeräte an. Im Vergleich bereits zu unserer zweiten Generation sind die Dinger einfach scheiße. und genauso wird es bei den 3D-Brillen sein. Die erste Generation kannst du voll vergessen. Das Sichtfeld soll sehr, sehr klein sein. Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz ist, äh, ist okay, aber hat an der Grenze. Kann gut sein bei schnellen Bewegungen, dass du dann Schlieren hast. Und ich glaube, da kommt ja so doch schon bitte das Kotzgefühl dann durch. So sehr ich mir wünschen würde, dass ich teilweise mich mal umgucken kann, einfach die Spiegel mitnutzen kann. Das hätte schon Vorteile. Ganz ruhig. Aber ist das ein Vorteil, der 700 Euro wert ist? Nee. Also ich für 3,50 würde ich sagen, okay, dann mache ich den Spaß vielleicht mit. Das ist schon ein Haufen Geld. Wenn ich mir denke, weiß ich, ich kaufe dir eine nagelneue Xbox One oder eine Zusatzbrille, wo du noch nicht mal weißt, wie das Ding in Zukunft mit Spielen abgedeckt wird. Das ist ja das Nächste. Oh, ich bin mit raus. Weil ich erinnere nur mal an das Desaster mit der Kinect. Ne? War draußen, hast 100 Euro, am Ende sogar noch mehr bezahlt. Bei der ersten Xbox war das Ding ja mit dabei. Aber bei allen danach haben ja viele gefragt, oh, mit Kinect oder ohne? Ich habe dann immer sofort gesagt, ohne. Es ist bis zum heutigen Tage für die Kinect kein gescheites Spiel rausgekommen. Und ich verstehe das nicht, warum man nicht zumindest in Kinect Sports so auflegt. Ich habe das Bowling geliebt auf der 360. Habe ich gebowlt. Wie ein junger Gott. Und dass es nicht mal sowas gibt, ist schon arg peinlich. Das Ding, das hat keinen Sinn. Was hast du dran, damit du dich aufregen kannst, weil das Ding plötzlich irgendwas versteht? Nee, ich kann sagen, ist alles asphaltiert hier. Ich meine, das einzige Spiel, was mir so spontan einfällt, wo das Ding zumindest sinnvoll integriert ist, ist F1 2015. Da muss ich sagen, ist okay. Haben sie gut gemacht. Mit einer extra Taste, dass du das Ding aktivieren kannst. Das Infield bricht mir echtes Genick. Gut, geradeausfangen kann ja auch jeder. Aber alle anderen Spiele, die ich so kenne, nee. Das erste, was du machst, den Scheiß abschalten. Und so ähnlich wird es dann auch mit Opelos Rift sein. Wenn das Ding keiner kauft, das ist ja so ein Teufelskreis. Wenn das Ding keiner kauft, warum sollen denn die Entwickler für Oculus Rift was optimieren? Die Zeit können sie sparen, weil wenn die genau wissen, die 3D-Brille ist nicht unter den Leuten, warum soll ich ein Spiel dafür optimieren? Macht ja gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite, wenn die Spiele nicht darauf optimiert sind, kauft sich keiner die Brille. Ich denke mal, am Anfang werden vielleicht so ein paar Billigspiele kommen, die so eine Art Tech-Demo sein werden, um zu zeigen, hey, das kann die Brille, damit die Leute angefixt werden. Das werden vielleicht relativ simple Spiele sein, vielleicht ein bisschen umgucken oder Täubchen fliegen oder so eine Scheiße. So, noch ein Rennen, meine Fresse, ey. Um die Leute anzulocken, um dann vielleicht doch, klar, es gibt immer Profis, die kaufen sich das Ding sofort bei Release, aber mir ist das extra zu teuer, viel zu teuer. So, nächstes Rennen, ich bleibe mit Schwierigkeitsgrad drin, wo geht's hin? Oh Gott. Ja, das Ding hasse ich. Das ist schön. Genau hier hänge ich nämlich auch mit F1 2015 in der Karriere. Ich bekomme auf der Strecke kein Rad auf dem Asphalt. Also hier muss ich mich wirklich vorbereiten, bevor ich die Karriere hier weitermache, weil also Start und Ziel geht noch klar, da geht es noch geradeaus und ab dann beginnt dann das Dilemma. Die ganzen Kurven, die sind so abgehackt, das ist irgendwie ganz, ganz komisch zu fahren. So, auf geht's. Lasst mich drive'n. In Amerika muss man amerikanisch reden, das ist ganz wichtig. Oculus Rift. Könnt ihr mal in meine Kommentare hören, was ihr von dem Ding da haltet? Kommt die für euch in Frage? Und wenn ja, gleich zum Release oder erst später? Zeus Gollum. Das war wie ein bisschen klar. Du siehst die roten Lampen, du steigst rein und nichts passiert. Man kann es uphieren, das war ein. Krasses Manöver. Wenn man den Kurs nicht kennt, ist das natürlich jetzt der Darlebensmüde, was ich hier mache. Eben Windschatten einfach mal dahinter hängen. Wow. Aber wie sollst du, bin ich nicht allein mit der nicht vorhandenen Streckenkunde? Ist das der originale Kurs oder ist das ein anderes Layout? Mein Gott, jetzt verpiss dich hier. Ich bin der Herr der Ringe. So, mein Telefon geht gleich aus, nehme ich mein Zeitmesser aktuell. Komm, komm, komm. Habe ich mir kann es ausgehen. Wie gesagt, wir machen das Rennen jetzt noch durch. Ich hoffe mal, dass da unser Speed reichen wird. Also hier möchte ich gar nicht Erster werden. Na, jetzt kommt wieder, das ist so ein ganz komischer Kurs, ich weiß auch nicht. Ich will nicht Erster werden, weil ich die Bremspunkte hier nicht kenne. Jetzt jetzt glaube ich dann und fahr hier mal Formel 1. Du bist nur am kurbeln die Gänge durchpeitschen. Dann siehst du wieder eine Kurve, du musst wieder bremsen. Das ist, du bekommst hier keine, es kommt eine langgezogene Kurve, die ist ja ganz lustig zu fahren. Es geht ja auch ein bisschen bergauf und bergab. Neuschwung von außen mit. Gott, Gott sei Dank bloß vier Runden. Also ich bin mit dem dritten Platz vollkommen zufrieden. Vollkommen. Du denkst, die Kurve kommt nicht, die kommt nicht und dann ist sie da. Fast viel Weihnachten. Es kommt auch ewig nicht und dann ist es da. Gott. Ihr seht ja selber, ich bin mehr neben der Strecke unterwegs als auf der Strecke. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Um nochmal auf Formel 1 zurückzukommen, weil ich weiß, da warten viele Leute drauf. Das ist ja so, dass wir aktuell in der Saison auch nicht mehr Weltmeister werden können. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, der mich gerade ein bisschen wie bremst. Also aus eigener Kraft nicht mehr. Wir können bloß hoffen, wenn Luis, Luis ist aktuell auf der 1, wir mit, ach, wie heißt er? Montoya? Ne, der fertig, Barichello. Rubens Barichello. Genau, mit dem fahren wir, ja. Und wenn wir jedes Rennen gewinnen und Hamilton auf der 2 jedes Mal ankommt, dann verlieren wir trotzdem die Weltmeisterschaft. Das heißt, ich muss bereits hier auf den Kurs, den ich nicht mag, den ich nicht kenne, müssen wir bereits siegen und hoffen, dass Hamilton, das Beste, was er sich antun kann, ist nicht anzukommen. Das ist das Beste. Weil dann ist die ganze Weltmeisterschaft wieder offen. Und es sind aber nur vier Rennen insgesamt. und ich nehme immer vor, ah, dieses Wochenende machst du was, dieses Wochenende, dieses Wochenende fährst du. Ja, da ist das Wochenende vorbei und ich stehe fest, scheiße, ich habe wieder nichts aufgenommen. Aua, abgerutscht. Stattdessen habe ich wieder acht neue Folgen vorlaut aufhalte. Aber irgendwann muss ich da ran. Ich will ja auch die Saison abschließen. Ich will das LP auch abschließen. Meine Güte. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem Ding machen und ob ich dann nochmal eins hinten dran hänge oder ob wir dann sagen, gut, es hat halt nicht gereicht. Dann warten wir halt bis 2016 und starten dann nochmal durch. Platz 3 reichen wir vollkommen außeraktuell. Die Weihnachtskurve. Und auch hier wieder grundsätzlich verschiedene Autos an der Spitze. BMW, Volvo, Audi. Wobei der Volvo, den muss er wie gesagt da außen vor lassen. Na, kommen wir jetzt immer doch Erster. Ich wollte gerade links abbiegen. Oh, das ist so behämmert so fahren. Lange lebe dann überkriegen. Gut, ab hier geht's wieder, weiß es gerade aus. Das krieg selbst ich gebacken. Boah, Leute, nur noch eine Runde, dann sind wir durch. Mache ich echt 17 Kreuze. Wo muss ich hier bremsen? Vielleicht hier? Uiui. war noch mal so schlecht geraten, oder? Es ist auch ein Kurs, den kann ich mir irgendwie überhaupt nicht einprägen. Du hast ja keine markanten Ecken, das ist irgendwie alles gleich, das sieht alles gleich aus. Wenn ich nachts ausgesetzt werde auf der Strecke, ich sehe dann, ja, Rot, Mille Körb, das ist die Strecke. Aber wo ich bin, keine Ahnung. So eine typische Reagenzglas-Strecke. Und so ungefähr wie ich jetzt fahre, so sieht es auch aus, wenn ich Formel 1 fahre. Also absolut unrund bekommt er überhaupt nichts gebacken, so letzte Runde. Mit dem Unterschied, dass wir da mit Geschwindigkeiten unterwegs sind, die ein bisschen wie böser sind. Ich hatte ja gehofft, dass wenn ich die Strecke in Furza ab und zu mal sehe, dass ich mich dann hier dran gewöhne, im Formel 1 wechsle und dann da einfach alles wegbohne. Uiuiui, das ist viel zu schnell. Jetzt weiß ich, warum die hier gebremst haben. Aber dem ist nicht so. Ich kann mir den, wie gesagt, ich kann mir den nicht einprägen. Das ist für mich einfach so, jede Kurve ist für mich neu. Ich kann den, glaube ich, zehn Runden fahren. Das ist immer alles neu. Als wäre ich ein Alzheimer-Rennfahrer. Gut, hier liegt halt auch noch einiges am falschen Setup. Zu viel Luftdruck fahren wir hier auf jeden Fall. Dadurch werden die Reifen zu heiß, was dazu führt, dass sie natürlich wenig Attraktion haben. 150? Ne, hier müssen wir bremsen. Ne, hier. Wo denn jetzt? Meine Güte. Falls irgendeiner von euch den Kurs mag, kann einem belieben gerne ein paar Tipps geben, wie ich hier irgendwie einen Reifen auf dem Asphalt bekomme. Auch gern auf Formel 1 bezogen. Hey, hier bin ich doch gar nicht. Ja, ihr seht das ja, aber die Reifen hier. Die lösen sich komplett auf. Also, vielleicht würde ich besser fahren, wenn das Auto besser liegen würde, aber ich verbremse ich auch nonstop. Gott, das kann ich ja niemandem zeigen. Ich bin heilfroh. Also, das Auto gehört hier beim besten Willen nicht hin. Der Audi fühlt sich ja gar nicht wohl. Entschuldigung, kleiner Audi. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Aber wir sind endlich durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Staffelmeister in Gold. Wow. Da kann ich mir jetzt aber einen Schnitzel von kaufen. So, Stufe 44. Können wir gleich nochmal einen los machen. Eine Million. Million. Millionen. Na, okay. Audi 20. Noch fünf Level. Dann gibt es ein Abzeichen. So, fortsetzen. Damit sind wir durch. Haben die Serie abgeschlossen. Oh ja. Jetzt ist es an der Zeit, ihren Reflexen restlos alles abzuverlangen. Die letzte Etappe ihrer Karriere ist die Superlative des Motorsports mit den schnellsten Wagen der Geschichte auf den fortschrittlichsten Strecken der Welt. So, und wisst du was, liebe Leutchen? Dadurch, dass ich jetzt die nächsten Rennen bis Langstrecke machen werde, dürft ihr das erste Rennen bestimmen? Okay. Ja, gebt mir halt den E-Tron. Meine Fresse, den werde ich sowieso kriegen, oder? Ja, das war klar. Ich hab mal aber schon 1,5 Millionen Credits dafür. Danke dafür. Schön. Ne, ihr dürft euch jetzt irgendwann wieder mal ein Auto raussuchen. Das hat man schon lange nicht mehr und ich möchte alte Traditionen wieder pflegen, so wie sich das Ganze gehört, so wie ihr mich auch kennt. Gucken wir einmal, was es jetzt hier gleich im Angebot gibt. Ich überlege gerade. Oh. Hier sind wir dann, in der ultimaten Motorsportgruppe. Ein Welt mit unmöglicher Geschwindigkeit, mindverlörenden Forzen und die Art von Händen, usually reserved für Test Pilots. Back in the 60s and 70s, there was no guarantee that a driver starting a race would still be around when it finished. Cars were high on speed, low on safety, and dripping with adrenaline. Thankfully, things have moved on, but with more safety comes more speed, as designers and engineers bend the rules of physics to save a micron here or a millisecond there. everything on these machines is there or rather not there for a reason. Some are rolling experiments for mankind's most advanced technology and they stretch the definition of car to its limit. Together they represent billions of dollars of investment and they compete in the world's most famous and valuable races from the banked corners of Indianapolis to the Mulsanne Straits Die Ansprache hat gewirkt. Jeder der folgenden Austragungsorte weist die Besonderheiten seiner Umwelt in den Streckenverlauf zu integrieren. Von verschneiten Bergen bis hin zu sonnigen Stränden. Lassen Sie sich an exotische Orte entführen und fahren Sie auf den einzigartigsten Strecken der Welt. Och, schick mich bitte nicht in die Berner Alpen. So, liebe Leutchen, was tue ich euch denn mal an? Wo dürft ihr entscheiden? Tja. Ihr bekommt die Prototypen. Cars like these are mostly to be found at Le Mans and other round-the-clock races where, despite giving 100% for hour after hour, they can't break down or crash. And sometimes that's easier said than done. They're called prototypes because they're not based on anything else and because they feature cutting-edge technology. Some are even named after Robots, like Audis hybrid R18 e-tron. So, liebe Leutchen, da sind natürlich auch die ganzen DLC-Booten drin, die ihr hoffentlich alle auch kennt. Wenn nicht, dann einfach mal nach Review suchen auf meinem Kanal. Da findest du auf jeden Fall einiges, was Furza angeht. Gut, wir haben 11 Millionen auf der hohen Kante. In dieser Folge können wir mal richtig einen auf die Hose machen. Zur Wahl steht Link dazu findest du übrigens in der Videobeschreibung. Ist ein Link zu Strawpool. Mit drei Klicks ist deine Stimme mit dabei. Zur Wahl steht der 2012er Audi Team Joost R18 e-tron. Quattro Peugeot Team Matmut 908 Peugeot Talbot Sport 905 Evo 1C Wahnsinn. Toyota Motorsports GT1 TS 020 Der Audi Team Joost R18 e-tron Quattro Audi Sport Team Joost R15 Plus Plus TDI Das ist glaube ich ein LMP2 Fahrzeug, wenn ich das richtig sehe. Audi Sport North America R8 Audi Sport Japan Team GOH R8 Keine Ahnung, ist glaube ich alles dasselbe. Team Bentley Speed 8 Dann der BMW Motorsport V12 LMR Das ist der gleiche mit einer anderen Lackierung Ist aber ein komplett anderes Auto für Forza Dann der Ferrari Rissi Competizione F333 SP Momo Doran Racing F33 SP Krasse Kisten Mazda Speed Source Lola B12 Könnte auch fast ein Alpiner sein Slash 80 Mazda 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 787B Das ist derselbe nochmal mit einer anderen Lackierung Den Nissan GTR LM Nismo Dann der Peugeot Sport Total 908 Der Rebellion von Toyota Racing R1 Toyota Toyota Racing TS04 0 Hybrid Also ich muss da nochmal durchgehen Ich werde natürlich nur die Autos reinschreiben Die wirklich einzigartig sind Und sich nicht wie die zwei hier durch eine Lackierung nur unterscheiden Obwohl Ja das ist nur eine Lackierung Unterschied Hier ist auch bloß eine Lackierung Bentley Auch die sind alle gleich Der ist anders Der ist anders Der ist auch anders Gut Also ein paar sind doppelt Ihr werdet nur die wiederfinden Die wirklich einzigartig sind Dann suchen wir uns einfach eine schöne gemeinsame Lackierung aus Für die Designer da draußen Wenn du ein Design machen möchtest Guck einfach bei dem Stropo Link vorbei Welches Auto ganz oben ist Weil das wird nämlich gewinnen Und mit ein bisschen Glück Sehen die Leutchen Dein Design da draußen Gut liebe Leutchen Ich mache jetzt erstmal Schluss Ich werde auch für heute insgesamt Schluss machen Ist kurz vor 10 Morgen steht Training an Also um 10 Uhr abends Demzufolge lasse ich jetzt mal Das für heute gut sein Äh ich werde glaube ich Wir können ja mal mit dem Ding starten Ne ich mache Ausdauerrennen Stimmt ich mache Ausdauerrennen Da können wir auch noch gemeinsam gucken Jetzt haben wir so viel Zeit miteinander verbracht Jetzt können wir auch noch hier mit gucken Schauen wir einfach mal Äh Endurance Racing Haben wir 9 Stück zur Verfügung Schauen wir mal Ja, vor allem bei so Multiklasse-Rennen, also LMP1, LMP2. Mit was fangen wir denn mal an? Am besten auf einer Strecke, mit der ich mich anfreunden kann. Road Atlanta. Die werden wir nehmen. Mit welchem Auto dürfen wir die fahren? Mit GT-Rennern. Okay, machen wir einfach mal fortsetzen, mal gucken. Ihr nächstes Rennen findet auf der Road Atlanta statt. Die Strecke bietet eine Kombination aus Schikanen, Höhenwechseln und Schräghangkurven. Die Strecke kenne ich wenigstens noch. Wir gucken mal, welche Autos es gibt. Also ich werde jetzt nicht anfangen, ich werde jetzt auch nichts weiter aufnehmen. Das ist jetzt Spielaufgaben. Ne, geht weiter. Aber zumindest mal gucken, wie so ein Langstreckenrennen tickt. Wie viele Runden wir hier vor uns haben. Das dürften einige sein. Ich glaube, Lukas hat mal gemeint, so anderthalb Stunden sind wir schon fast normal. Road Atlanta ist das Haus des Petit Le Mans. This multi-class race, lasting 10 hours, captures the spirit of the 24 hours of Le Mans, but on a smaller scale. Alter Verwalter. Also hier kann man Orten nicht auswählen. Ich liebe ja Underdogs, ne? Eigentlich müsste ich mit dem fahren. Hatte ich noch nie unterm Arsch. Oder sowas. Oder sowas. Oder so. Ach, ich weiß es nicht. Lasst euch einfach überraschen. Lasst euch überraschen. Ich gehe jetzt einfach erstmal zurück. Okay, ich kann ja mal den auswählen, aber ich will ja wieder rausgehen. Ich will mich ja natürlich noch oblich verabscheuen von euch hier. Meine Güte. Also echt eine Stunde. So lange wollte ich heute gar nicht machen. So lange wollte ich heute gar nicht machen. Aber man sieht, ne? In Forza kannst du auch gut Zeit lassen. Gibt's ja eigentlich auch Training, ne? Direkt 100 Meilen. Man sieht leider nicht, ne? Wie gut das Ganze ist. Gut, natürlich. Dreiviertel, Schwierigkeitsgrad. Kann man schon wieder mal so anpassen, dass es Spaß macht. Und ich denke mal, das gibt auch gut Level. Eigentlich müsste ich ja ein Audi fahren, damit ich das Audi Level nach oben kriege. Aber hätte, wäre, wenn. Was es wird, sehen wir dann das nächste Mal. So, ich bin jetzt erstmal raus. Also vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hatte bitte Spaß gemacht. Wir haben bitte geredet. Ein paar Themen habe ich angesprochen. Ich bin schon da auf deine Meinung gespannt. Vergiss bitte die Umfrage nicht. Die Abstimmung fürs Auto. Die werde ich ja auch in den Ausdauerrennen nochmal in die Videobeschreibung packen. Gesetz des Falles. Und du hast die Folge vielleicht nicht bis zum Ende geschaut. Gut, dann wirst du es auch nicht wissen, dass die in den nächsten Ausgaben nochmal drinstehen wird. Auf jeden Fall, ja. Sind wir jetzt erstmal durch für heute. Wir gehen nochmal raus. Gucken unser Rekordfahrzeug an. Was super abgegangen ist in Amerika. Ach, da ist er. Gut, und damit bin ich raus. Also nochmal danke fürs Einschalten. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wir prügeln uns ein paar Runden länger. Um einen Kurs. Um am Ende die Siegtrophäe in den Händen zu halten. Ich bin raus, bis dann, ciao, ciao. Dein Tom.